Hallo, ich heisse Paolo und ich nehme mir mit, einen Tag als Metallbauer bei Fetigo Stahlbauer AG. Ich habe mich für den Prüf Metallbauer entschieden, weil es ein vielseitiger Prüf ist. Mir als Arbeiten mit Metall sehr gefällt und ich einen handwerklichen Prüf habe lernen wollen. Speziell an der Firma Fetigo Stahlbauer AG ist es, dass beim Schnuppern bin ich sehr nett und offen empfangen worden. Ich bin immer unterstützt geworden, das auch jetzt noch. Die Firma ist auch familiär und hat auch immer verschiedene Tätigkeiten, die ich erledigen kann. Ein ungefährer Tagesablauf sieht so aus, dass ich am Morgen Pläne bekomme. Alle meine Werkstücke vorbereiten, dann anfange ich zu bohren und schweissen. Nachher wird das Werkstück verzinkt, wird auf den Bau gebracht und wird dann dort anschliessend von unserem Monteur montiert. Die Benefits des Unternehmens sind, dass man Späße auf dem Bau und auch bei der Kursstelle bekommt. Und wir haben einen jährlichen Firmenausflug und auch das Firma Essen. Die Schulsachen werden alle vom Betrieb übernommen. Das hat einen gewissen Betrag, den man von der Schutzausrüstung bezahlt bekommt. Ich schätze sehr unsere Unterstützung, die wir vom Berufsbildner bekommen und auch vom Chef. Wir werden immer unterstützt, dort wo wir können und können bei Fragen immer zu reingehen. Dann haben wir auch ein sehr gutes Verhältnis unter den Lernenden. Wenn dir der Beruf Metallbauer gefällt, musst du handwerklich geschickt sein, technisches Verständnis sein, körperlich belastbar sein und sicher Spass am Metall haben. Meine Möglichkeiten nach dem Lehr als Metallbauer würden Konstrukteur anhängen, ein Schweißfachmann könnte machen, Werkstattleiter oder Metallbaumeister. Mit jedem Einblick, was mir Metallbauer gefallen hat, bewirkt euch jetzt bei uns beim Vettiger Stallbau AG.